Lakshmi Asana, die Stellung der Gattin Lakshmi, ist eine sitzende Stellung, die dir Hüftflexibilität hilft, letztlich eine Variation von Bhadrasana. Setze dich gerade hin, bringe die Fußsohlen zusammen und gib dann die Zehen auseinander und auch die Fußballen auseinander. Fasse mit den Händen unter die Füße, wenn du kannst, falte die Hände unter die Füße und achte dabei darauf, dass die Zehen auseinander sind. Die innere Seite der Füße nach Möglichkeit am Schambein bzw. am Geschlechtsorgan, das heißt, du ziehst die Füße immer näher zu dir hin, hältst trotzdem die Zehen und die Fußballen auseinander. Das ist Lakshmi Asana und man findet manchmal Darstellungen von Lakshmi, wie sie auf einer Lotusblüte in dieser Stellung sitzt. Vielen Dank!